Marie Curie, Physikerin, Professorin, Nobelpreisträgerin. Vor 15 Jahren entdeckte Henri Becquerel die Strahlung von Uran. Zwei Jahre später wurde die Forschung auf diesem Gebiet ausgedehnt. Zuerst von mir und dann von Pierre Curie und mir. Diese Forschungen führten uns sehr schnell zu der Entdeckung neuer Elemente, deren Strahlung wesentlich stärker war. November 1911. Marie Curie erhält in Stockholm den Nobelpreis für Chemie. Es ist ihr zweiter. Gemeinsam mit ihrem Mann Pierre und dem Franzosen Henri Becquerel ist sie bereits 1903 für ihre Leistungen im Fach Physik ausgezeichnet worden. Marie gibt sich an diesem Tag selbstbewusst. Sie stellt ihre eigenen Verdienste dar, auch wenn sie an ihren verstorbenen Mann erinnert. Sie hat allen Grund für diese Festigkeit, denn die Tatsache, dass sie ausgezeichnet wird, ist durchaus nicht unumstritten. In Frankreich tobt eine heftige Medienkampagne gegen die Wissenschaftlerin. Man wirft ihr die Affäre mit einem verheirateten Mann vor. Und manche Kollegen behaupten, Frauen seien in der Wissenschaft lediglich zur Assistentin geeignet. 1910 hat etwa der schottische Chemiker und Nobelpreisträger William Ramsey in einem Interview mit der Londoner Zeitung Daily Mail erklärt, Alle angesehenen Wissenschaftlerinnen haben ihre besten Leistungen nur zusammen mit einem männlichen Kollegen erreicht. Marie Curie mag sich über solche Äußerungen geärgert haben. Gewundert hat sie sich sicher nicht. Denn Zeit ihres Lebens wurde es ihr nicht gerade leicht gemacht, ihre Ziele zu erreichen. Marie Curie wird am 7. November 1867 als Maria Salomea Skordowska in Warschau geboren. Sie ist das jüngste von fünf Kindern. Ihr Vater ist Lehrer an einem Gymnasium. Die Mutter war vor ihrer Ehe Leiterin eines Mädchenpensionats. Marie, die die Eltern liebevoll Mania nennen, ist ein aufgewecktes Kind. Mit vier bringt sie sich selbst das Lesen bei. Der Vater fördert das Interesse seiner Tochter an den Naturwissenschaften. Noch Jahre später, als Marie längst ausgezogen ist, wird das so sein, sagt die Autorin Renate Strohmeier, die ein Buch über Frauen in den Naturwissenschaften geschrieben und sich auch mit dem Leben Marie Curies befasst hat. Sie hat sich sehr für Mathematik interessiert. Sie hat zum Beispiel mit ihrem Vater korrespondiert und dabei immer mathematische Aufgaben von ihm bekommen und gelöst. Und das hat dann auch ihre Tochter Irene mit ihrem Großvater so gehandhabt und auch mit ihrer Mutter, dass die immer, wenn sie sich Briefe geschrieben haben, auch mathematische Aufgaben gelöst haben. Marie wächst keineswegs in einer heilen Welt auf. Ihre Mutter stirbt, als sie zehn Jahre alt ist. Kurz zuvor hat der Vater seine Anstellung verloren, weil er sich für die Unabhängigkeit Polens eingesetzt hat. Seit dem Wiener Kongress untersteht das Land der gemeinsamen Kontrolle von Russland, Österreich und Preußen. Polen findet man auf keiner Landkarte. Die offizielle Landessprache ist Russisch. Renate Strohmeier. Da durfte nur heimlich Polnisch gesprochen werden. Die offizielle Unterrichtssprache war Russisch. Und wenn der Schulrat kam, mussten alle Bücher versteckt werden, alle polnischen Bücher. Und die Schülerinnen wurden getestet, ob sie auch Russisch sprechen und ob sie die russische Geschichte können, ob sie alle Zaren aufzählen können und ob sie das Vaterunser auf Russisch können und so weiter. Diese frühen Erlebnisse fördern den Widerstandswillen des jungen Mädchens. Zeit ihres Lebens wird Marie Curie, wie ihr Vater, eine glühende Patriotin sein, auch dann noch, als sie längst mit einem Franzosen verheiratet ist. Als es ihr 1898 gelingt, ein neues Element aus Pechblende zu isolieren, nennt sie es Polonium, nach ihrem Heimatland. 1873 verliert Maries Vater wegen seines politischen Engagements nicht nur seine Stellung, sondern auch die Dienstwohnung. Von da an führt er ein Pensionat für Jungen, die vom Land kommen und in Warschau zur Schule gehen. Im Haus der Skordowskis leben zeitweise bis zu 20 Schüler. Bei so vielen jungen Menschen auf engstem Raum ist es oft sehr laut und unordentlich. Es ist kein Wunder, dass sie davon träumt zu studieren. Zwar fehlt der Familie Skordowsky das Geld, doch Marie und ihre Schwester Bronja haben eine Idee. Während Bronja in Paris Medizin studiert, wird Marie als Gouvernante arbeiten und das Studium der Schwester finanzieren. Bronja wird dafür nach ihrem Abschluss Marie die Ausbildung an der Universität ermöglichen. 1885 beginnt Marie als Hauslehrerin bei einer Familie aus dem polnischen Landadel zu arbeiten. Mit eiserner Disziplin bildet sie sich autodidaktisch weiter. In einem Brief an ihre Schulfreundin Kasia beschreibt sie ihren Tagesablauf. Ich habe mich daran gewöhnt, um sechs Uhr aufzustehen, damit ich mehr arbeiten kann. Aber ich bin nicht immer fähig dazu. Jetzt ist ein sehr netter alter Herr hier, Anzias Taufpate. Auf Aufforderung von Frau Z. muss ich ihn bitten, mich zu seiner Zerstreuung im Schach zu unterrichten. Auch muss ich den vierten beim Kartenspielen abgeben, und das lässt mich nicht zu meinen Büchern kommen. Ich lese immer mehreres auf einmal. Die fortlaufende Beschäftigung mit ein und demselben Gegenstand könnte mein schon stark überanstrengtes Gehirn ermüden. Wenn ich mich absolut unfähig fühle, mit Nutzen zu lesen, löse ich algebraische und trigonometrische Aufgaben. Die vertragen kein Nachlassen der Aufmerksamkeit und bringen mich wieder ins rechte Fahrwasser. Sechs Jahre lang, zwischen 1885 und 1891, verdient Marie als Hauslehrerin und Gouvernante ihr Auskommen und das ihrer studierenden Schwester. 1891 holt die Schwester sie nach Paris. Wenige Tage vor ihrem 24. Geburtstag, am 3. November 1891, betritt Marie zum ersten Mal die Sorbonne. Ihre Leidenschaft für die Wissenschaft wird sie von nun an bis an ihr Lebensende nicht mehr verlassen. Marie belegt Vorlesungen in Physik, Chemie und Mathematik. Mein ganzes Denken und Empfinden war auf mein Studium ausgerichtet. Alles, was ich an Neuem sah und lernte, entzückte mich. Es war, als habe sich mir eine neue Welt geöffnet, die Welt der Wissenschaft, die ich nun endlich in voller Freiheit kennenlernen durfte. Zwei Jahre später, 1893, besteht sie als beste von 30 Studierenden die Zwischenprüfung. An der Sabon waren zu dieser Zeit ca. 9000 Studenten. Davon waren 210 Frauen. Also das sind knapp über 2 Prozent. Und die meisten Studentinnen, die da waren, die hatten den höheren Status. Also Examen zu machen, das war sehr ungewöhnlich. Als die Marie Curie ihr erstes Examen gemacht hat, da gab es nur zwei Frauen, die Examen gemacht haben. Sie und noch eine andere. Und 1894 bei dem zweiten Examen, bei dem Mathe-Examen, da war sie eine von fünf. Und in Deutschland durfte man damals überhaupt noch nicht studieren als Frau. In der Schweiz war es möglich. In Frankreich war es auch schon länger möglich. Aber wie gesagt, den Abschluss hat kaum eine Frau gemacht. Und dann, im April 1894, Marie ist inzwischen 27, tritt ein Mann in ihr Leben. Als ich eintrat, stand Pierre Curie in der Nische der Balkontür. Er sah sehr jung aus, obwohl er damals 35 Jahre alt war. Was mir an ihm auffiel, war der Blick seiner hellen Augen und eine Spur von Lässigkeit in der Haltung seines hochgewachsenen Körpers. Die etwas langsame, bedächtige Sprechweise, seine Schlichtheit, das zugleich ernste und junge Lächeln hatten etwas Vertrauen erweckendes. Es entwickelte sich ein Gespräch zwischen uns, das bald freundschaftlichen Charakter annahm. Wir sprachen über wissenschaftliche Fragen und ich war glücklich, mich mit ihm beraten zu können. Ein Jahr später heiraten Marie Skordowska und Pierre Curie auf dem Standesamt von Sault bei Paris. Marie ist nicht bereit, ihre wissenschaftlichen Studien aufzugeben. Auch nicht, als 1897 die erste Tochter Irene geboren wird. Pierre verlangt das auch nicht von ihr. Die meisten Frauen, die überhaupt wissenschaftlich gearbeitet haben, haben damals ihren Männern zugearbeitet. Und er hat sie sehr stark unterstützt und von Anfang an haben sie ausgemacht, dass sie weder die Forschung noch die Lehre jemals aufgeben wird. Das war schon die Bedingung für das Eingehen der Ehe. Die 90er Jahre des 19. Jahrhunderts sind entscheidende Jahre für die Naturwissenschaften. Im November 1895 hat Wilhelm Konrad Röntgen die Röntgenstrahlung entdeckt. Nur einen Monat später gelingt ihm die erste Röntgenaufnahme. Sie zeigt die Hand seiner Frau. Anfang März 1896 gibt der französische Physiker Henri Becquerel bekannt, er habe in Uransalzen Stoffe entdeckt, die von sich aus strahlen. Es galt also, die Herkunft der sehr geringen Energie zu untersuchen, die von dem Uran in Form von Strahlung ständig ausgesandt wurde. Die Erforschung dieser Erscheinung erschien uns ungewöhnlich interessant, umso mehr, da dieses Problem völlig neu war und noch nirgends beschrieben worden war. Ich beschloss mich, der Bearbeitung dieses Themas zu widmen. Sie haben das zusammen besprochen, Ihr Mann und Sie, und sich dafür entschieden, dass sie etwas machen sollte, wo es noch nicht so viel Literatur gibt, damit sie nicht erst mal ein Jahr lang Literaturrecherchen machen musste. Sie war ja auch schon etwas älter, als sie anfing zu studieren, war sie schon 24. Und außerdem stand auch die Apparatur für die Messungen, die stand schon zur Verfügung, die war in Piers Labor. Insofern konnte sie gleich loslegen, als sie sich für dieses Thema entschieden hatte. Im Juli 1898 veröffentlichte Marie erste Erkenntnisse. Wir sind der Meinung, dass die Substanz, die wir aus der Pechblende gewonnen haben, ein noch nicht beschriebenes Metall enthält, das durch seine analytischen Eigenschaften dem Bismut verwandt ist. Wenn das Vorhandensein dieses neuen Metalls sich bestätigen sollte, schlagen wir vor, nach der Herkunft eines von uns es Polonium zu nennen. Und nicht einmal ein halbes Jahr später, am 26. Dezember 1898, geben Marie und Pierre eine weitere Entdeckung bekannt. Die verschiedenen Gründe, die wir eben aufgezählt haben, veranlassen uns zu glauben, dass die neue radioaktive Substanz ein neues Element enthält, dem wir den Namen Radium geben wollen. Trotz dieser Erfolge arbeiten Marie und Pierre um diese Zeit in äußerst bescheidenen Verhältnissen. Als der deutsche Chemiker Wilhelm Oswald nach Paris reist, schreibt er erstaunt, Auf meine dringende Bitte wurde mir das Curie-Laboratorium, in dem kurz zuvor das Radium entdeckt worden war, gezeigt. Die Curies selbst befanden sich auf einer Reise. Es war eine Kreuzung zwischen Stall und Kartoffelkeller. Und wenn ich nicht die chemischen Apparate auf dem Arbeitstisch gesehen hätte, hätte ich das Ganze für einen Witz gehalten. Und doch waren die Jahre in dem elenden Hangar die besten, glücklichsten, einzig und allein der Arbeit gewidmeten Jahre unseres Lebens. Oft habe ich dort unser Essen zubereitet, um nicht eine besonders wichtige Tätigkeit unterbrechen zu müssen. Manchmal musste ich einen ganzen Tag lang eine siedende Masse mit einer Eisenstange umrühren, die fast ebenso groß war wie ich. Abends war ich zum Umfall müde. Marie und Pierre arbeiten Hand in Hand. Pierre hat seine eigenen Forschungen aufgegeben, um seine Frau zu unterstützen. Während sie versucht, aus Pechblende möglichst viel Radium zu isolieren, untersucht er die physikalischen Eigenschaften und die Strahlung der neu gefundenen Elemente. 1903 zahlt sich die Arbeit aus. Im Juni promoviert Marie mit Auszeichnung an der Sorbonne. Im November erhält das Ehepaar, gemeinsam mit Henri Becquerel, den Nobelpreis, der erst zum dritten Mal verliehen wird. Zum ersten Mal wird eine Frau ausgezeichnet, noch dazu in einer Disziplin, die von Männern beherrscht wird. Zur Preisverleihung können die Curies allerdings nicht fahren. Beide haben gesundheitliche Probleme, die wohl auf ihre Arbeit mit strahlendem Material zurückzuführen sind. Marie und Pierre sind bei ihren Forschungen alles andere als vorsichtig. Renate Strohmeier. Es wäre heute alles undenkbar, was die gemacht haben. Der hat ja zum Beispiel bei einem Vortrag in England hat er ein Radio mitgenommen und hat es da vorgeführt. Und man hat dann in den 60er, 70er Jahren hat man das Pult nachgemessen. Es war noch radioaktiv und musste dann entsorgt werden. Und es gab auch so Geschichten, dass sie bei einer Party dann ein bisschen Radio mitgenommen haben und es dann im Dunkeln im Garten als Leuchtquelle benutzt haben und vorgeführt haben. Also heutzutage wird es einem richtig übel, wenn man das sieht. Rheuma und Arthrose vermuten Marie und Pierre hinter den Symptomen, die vor allem Pierre plagen. Am 19. April 1906, einem regnerischen Tag, hat sich Pierre Curie, inzwischen Professor an der Sorbonne, mit Kollegen getroffen. Als er eine Straße überquert, übersieht er ein Pferdefuhrwerk. Er stirbt noch am Unfallort. Marie erfährt am Abend vom Tod ihres Mannes, als sie mit den beiden Töchtern von einem Ausflug zurückkehrt. Verzweifelt schreibt sie in ihr Tagebuch. Mein Pierre, ich denke immerwährend an dich. Es zersprengt mir den Kopf und trübt mir die Vernunft. Ich begreife nicht, dass ich fortan leben soll, ohne dich zu sehen, ohne dem lieben Gefährten meines Lebens zuzulächeln. Dennoch wendet sie sich diszipliniert und mit großer Kraftanstrengung kurze Zeit später wieder der Arbeit zu. Die Sorbonne bietet ihr an, Piers Vorlesungen und sein Labor an der Universität zu übernehmen. Seinen Lehrstuhl bekommt sie zunächst nicht. Eine Frau als Professorin, das ist für viele undenkbar. Marie zögert nur kurz. Man bietet mir deine Nachfolge an, mein Pierre. Deine Vorlesung und dein Laboratorium. Ich habe angenommen. Ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist. Du hast mir oft gesagt, du würdest es gerne sehen, dass ich Vorlesungen an der Sorbonne hielte. Und ich möchte mich wenigstens bemühen, unsere Arbeit fortzusetzen. Manchmal scheint es mir, dass es mir auf diese Art am leichtesten fallen wird, zu leben. Dann wieder glaube ich, dass ich verrückt bin, mich darauf einzulassen. Im November 1906 hält Marie Curie ihre erste Vorlesung. Sie ist jetzt nicht nur die erste Frau, die einen Nobelpreis bekommen hat, sondern auch die erste Frau, die an der Sorbonne lehrt. Zwei Jahre später wird ihr auch Pierre Curies Lehrstuhl übertragen. Damit wird sie die erste Professorin der renommierten Universität. Doch Marie bezahlt einen hohen Preis. Nach Pierre's Tod leidet sie immer wieder an Depressionen. Erst im Jahr 1911 scheint es ihr besser zu gehen. Sie hat den Physiker Paul Langevin kennengelernt und mit ihm eine Beziehung begonnen. Langevin ist fünf Jahre jünger als Marie und er ist verheiratet. Für die Öffentlichkeit ein Skandal. Wenige Tage, bevor sie ihren zweiten Nobelpreis entgegennehmen soll, beginnt eine Medienkampagne gegen sie. Da gab es wirklich eine Kampagne in den Zeitungen. Die war gegen Frauen in der Wissenschaft. Es wurde geschrieben, dass sie ihre Kinder vernachlässigt, nur um ihre Forschung durchführen zu können und dass sie sich nicht um ihre Familie kümmert usw. Also diese weiblichen Klischees von damals vernachlässigt hat. Sogar das Nobelpreiskomitee legt ihr wegen der Affäre nahe, nicht zur Preisverleihung nach Stockholm zu kommen. Marie ist empört. Was Sie mir vorschlagen, wäre aus meiner Sicht ein grober Fehler. Der Preis wurde für die Entdeckung des Radiums und des Poloniums verliehen. Ich bin der Auffassung, dass zwischen meinem Privatleben und meiner wissenschaftlichen Arbeit keine Verbindung besteht. Wenig später reist sie, gemeinsam mit ihrer Schwester Bronja und der 14-jährigen Tochter Irene, nach Stockholm. Die ablehnende Haltung der Öffentlichkeit ist für Marie nicht einfach zu verkraften. Als ihre Beziehung zu Langevin zu Ende geht, leidet sie erneut an schweren Depressionen. Was ihr hilft, ist die Forschung. Sie bleibt der Mittelpunkt ihres Lebens. 1921 reist sie zu einer Vortragsreise durch die USA. Ein Jahr später nimmt sie die Ernennung zum Mitglied der Internationalen Kommission für geistige Zusammenarbeit in Genf an. Sie wird dort bis zur Vizepräsidentin aufsteigen. 1923, 25 Jahre nachdem sie das Element Radium entdeckt hat, gesteht ihr die Französische Akademie der Wissenschaften eine jährliche Pension von 40.000 Francs zu. Zuletzt hatte Louis Pasteur 1874 eine solche Anerkennung erhalten. Marie fühlt sich immer schwächer. Im September 1927, kurz vor ihrem 60. Geburtstag, schreibt sie ihrer Schwester. Seit Jahren schon fühlt sie sich matt und erschöpft und hat immer wieder Fieberanfälle. Ärzte und Familie halten ihre Erkrankung für Tuberkulose. Tatsächlich machen sich wohl zunehmend die Folgen der starken Strahlung bemerkbar, der sie bei ihrer Arbeit ausgesetzt ist. Am 4. Juli 1934 stirbt Marie Curie während einer Kur in der Schweiz. Sie ist 66 Jahre alt. Der Arzt, der ihren Tod feststellt, schreibt, die Krankheit war eine aplastische perniziöse Anämie von rascher fieberhafter Entwicklung. Das Knochenmark reagierte nicht, wahrscheinlich, weil es von einer langzeitigen Anhäufung von Strahlung verletzt war. Nur ein Jahr nach Maries Tod steht der Name Curie erneut im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses. Ihre Tochter, die Chemikerin Irene Joliot-Curie, erhält gemeinsam mit ihrem Mann Frédéric Joliot den Nobelpreis für Chemie. Die beiden hatten verschiedene Materialien mit Teilchen aus Poloniumquellen bestrahlt und dabei festgestellt, dass dadurch künstlich Radioaktivität erzeugt werden kann. Im selben Jahr schreibt Albert Einstein in einer Gedenkschrift über Marie Curie, sie war von einer Stärke und Lauterkeit des Willens, von einer Härte gegen sich selbst, von einer Objektivität und Unbestechlichkeit des Urteils, die selten in einem Menschen vereinigt sind. Sie fühlte sich in jedem Augenblick als Dienerin der Gesellschaft und ihre tiefe Bescheidenheit ließ keine Selbstzufriedenheit aufkommen. Hatte sie einen Weg für richtig erkannt, so verfolgte sie ihn ohne Kompromisse mit äußerster Zähigkeit. Wenn auch nur ein kleiner Teil von Frau Curies Charaktergröße und Hingabe in den intellektuellen Europas lebendig wäre, stünde es besser um Europas Schicksal. Gleich ernste und junge Lächeln hatten etwas Vertrauenerweckendes. Es entwickelte sich ein Gespräch zwischen uns, das bald freundschaftlichen Charakter annahm. Wir sprachen über wissenschaftliche Fragen und ich war glücklich, mich mit ihm beraten zu können. Ein Jahr später heiraten Marie Skordowska und Pierre Curie auf dem Standesamt von Sceaux bei Paris. Marie ist nicht bereit, ihre wissenschaftlichen Studien aufzugeben, auch nicht, als 1897 die erste Tochter Irene geboren wird. Pierre verlangt das auch nicht von ihr. Die meisten Frauen, die überhaupt wissenschaftlich gearbeitet haben, haben damals ihren Männern zugearbeitet. Und er hat sie sehr stark unterstützt. Und von Anfang an haben sie ausgemacht, dass sie weder die Forschung noch die Lehre jemals aufgeben wird. Das war schon die Bedingung für das Eingehen der Ehe. Die 90er Jahre des 19. Jahrhunderts sind entscheidende Jahre für die Naturwissenschaften. Im November 1895 hat Wilhelm Konrad Röntgen die Röntgenstrahlung entdeckt. Nur einen Monat später gelingt ihm die erste Röntgenaufnahme. Sie zeigt die Hand seiner Frau. Anfang März 1896 gibt der französische Physiker Henri Becquerel bekannt, er habe in Uransalzen Stoffe entdeckt, die von sich aus strahlen. Es galt also, die Herkunft der sehr geringen Energie zu untersuchen, die von dem Uran in Form von Strahlung ständig ausgesandt wurde. Die Erforschung dieser Erscheinung erschien uns ungewöhnlich interessant, umso mehr, da dieses Problem völlig neu war und noch nirgends beschrieben worden war. Ich beschloss mich, der Bearbeitung dieses Themas zu widmen. Sie haben das zusammen besprochen, Ihr Mann und Sie, und sich dafür entschieden, dass sie etwas machen sollte, wo es noch nicht so viel Literatur gibt, damit sie nicht erst mal ein Jahr lang Literaturrecherchen machen musste. Sie war ja auch schon etwas älter, als sie anfing zu studieren, war sie schon 24. Und außerdem stand auch die Apparatur für die Messungen, die stand schon zur Verfügung, die war in Piers Labor. Insofern konnte sie gleich loslegen, als sie sich für dieses Thema entschieden hatte. Im Juli 1898 veröffentlichte Marie erste Erkenntnisse. Wir sind der Meinung, dass die Substanz, die wir aus der Pechblende gewonnen haben, ein noch nicht beschriebenes Metall enthält, das durch seine analytischen Eigenschaften dem Bismut verwandt ist. Wenn das Vorhandensein dieses neuen Metalls sich bestätigen sollte, schlagen wir vor, nach der Herkunft eines von uns es Polonium zu nennen. Und nicht einmal ein halbes Jahr später, am 26. Dezember 1898, geben Marie und Pierre eine weitere Entdeckung bekannt. Die verschiedenen Gründe, die wir eben aufgezählt haben, veranlassen uns zu glauben, dass die neue radioaktive Substanz ein neues Element enthält, dem wir den Namen Radium geben wollen. Trotz dieser Erfolge arbeiten Marie und Pierre um diese Zeit in äußerst bescheidenen Verhältnissen. Als der deutsche Chemiker Wilhelm Oswald nach Paris reist, schreibt er erstaunt, Auf meine dringende Bitte wurde mir das Curie-Laboratorium, in dem kurz zuvor das Radium entdeckt worden war, gezeigt. Die Curies selbst befanden sich auf einer Reise. Es war eine Kreuzung zwischen Stall und Kartoffelkeller. Und wenn ich nicht die chemischen Apparate auf dem Arbeitstisch gesehen hätte, hätte ich das Ganze für einen Witz gehalten. Und doch waren die Jahre in dem elenden Hangar die besten, glücklichsten, einzig und allein der Arbeit gewidmeten Jahre unseres Lebens. Oft habe ich dort unser Essen zubereitet, um nicht eine besonders wichtige Tätigkeit unterbrechen zu müssen. Manchmal musste ich einen ganzen Tag lang eine siedende Masse mit einer Eisenstange umrühren, die fast ebenso groß war wie ich. Abends war ich zum Umfallen müde. Marie und Pierre arbeiten Hand in Hand. Pierre hat seine eigenen Forschungen aufgegeben, um seine Frau zu unterstützen. Während sie versucht, aus Pechblende möglichst viel Radium zu isolieren, untersucht er die physikalischen Eigenschaften und die Strahlung der neu gefundenen Elemente. 1903 zahlt sich die Arbeit aus. Im Juni promoviert Marie mit Auszeichnung an der Sorbonne. Im November erhält das Ehepaar, gemeinsam mit Henri Becquerel, den Nobelpreis, der erst zum dritten Mal verliehen wird. Zum ersten Mal wird eine Frau ausgezeichnet, noch dazu in einer Disziplin, die von Männern beherrscht wird. Zur Preisverleihung können die Curies allerdings nicht fahren. Beide haben gesundheitliche Probleme, die wohl auf ihre Arbeit mit strahlendem Material zurückzuführen sind. Marie und Pierre sind bei ihren Forschungen alles andere als vorsichtig. Renate Strohmeier. Es wäre heute alles undenkbar, was die gemacht haben. Der hat ja zum Beispiel bei einem Vortrag in England ein Radio mitgenommen und hat es da vorgeführt. Und man hat dann in den 60er, 70er Jahren das Pult nachgemessen. Es war noch radioaktiv und musste dann entsorgt werden. Und es gab auch so Geschichten, dass sie bei einer Party dann ein bisschen Radio mitgenommen haben und es dann im Dunkeln im Garten als Leuchtquelle benutzt haben und vorgeführt haben. Also heutzutage wird es einem richtig übel, wenn man das sieht. Rheuma und Atro... Marie Curie. Physikerin, Professorin, Nobelpreisträgerin. Vor 15 Jahren entdeckte Henri Becquerel die Strahlung von Uran. Zwei Jahre später wurde die Forschung auf diesem Gebiet ausgedehnt. Zuerst von mir und dann von Pierre Curie und mir. Diese Forschungen führten uns sehr schnell zu der Entdeckung neuer Elemente, deren Strahlung wesentlich stärker war. November 1911. Marie Curie erhält in Stockholm den Nobelpreis für Chemie. Es ist ihr Zweiter. Gemeinsam mit ihrem Mann Pierre und dem Franzosen Henri Becquerel ist sie bereits 1903 für ihre Leistungen im Fach Physik ausgezeichnet worden. Marie gibt sich an diesem Tag selbstbewusst. Sie stellt ihre eigenen Verdienste dar, auch wenn sie an ihren verstorbenen Mann erinnert. Sie hat allen Grund für diese Festigkeit, denn die Tatsache, dass sie ausgezeichnet wird, ist durchaus nicht unumstritten. In Frankreich tobt eine heftige Medienkampagne gegen die Wissenschaftlerin. Man wirft ihr die Affäre mit einem verheirateten Mann vor. Und manche Kollegen behaupten, Frauen seien in der Wissenschaft lediglich zur Assistentin geeignet. 1910 hat etwa der schottische Chemiker und Nobelpreisträger William Ramsey in einem Interview mit der Londoner Zeitung Daily Mail erklärt, Alle angesehenen Wissenschaftlerinnen haben ihre besten Leistungen nur zusammen mit einem männlichen Kollegen erreicht. Marie Curie mag sich über solche Äußerungen geärgert haben. Gewundert hat sie sich sicher nicht. Denn Zeit ihres Lebens wurde es ihr nicht gerade leicht gemacht, ihre Ziele zu erreichen. Marie Curie wird am 7. November 1867 als Maria Salomea Skordowska in Warschau geboren. Sie ist das jüngste von fünf Kindern. Ihr Vater ist Lehrer an einem Gymnasium. Die Mutter war vor ihrer Ehe Leiterin eines Mädchenpensionats. Marie, die die Eltern liebevoll Mania nennen, ist ein aufgewecktes Kind. Mit vier bringt sie sich selbst das Lesen bei. Der Vater fördert das Interesse seiner Tochter an den Naturwissenschaften. Noch Jahre später, als Marie längst ausgezogen ist, wird das so sein, sagt die Autorin Renate Strohmeier, die ein Buch über Frauen in den Naturwissenschaften geschrieben und sich auch mit dem Leben Marie Curies befasst hat. Sie hat sich sehr für Mathematik interessiert. Sie hat zum Beispiel mit ihrem Vater korrespondiert und dabei immer mathematische Aufgaben von ihm bekommen und gelöst. Und das hat dann auch ihre Tochter Irene mit ihrem Großvater so gehandhabt und auch mit ihrer Mutter, dass die immer, wenn sie... Und das lässt mich nicht zu meinen Büchern kommen. Ich lese immer mehreres auf einmal. Die fortlaufende Beschäftigung mit einem und demselben Gegenstand könnte mein schon stark überanstrengtes Gehirn ermüden. Wenn ich mich absolut unfähig fühle, mit Nutzen zu lesen, löse ich algebraische und trigonometrische Aufgaben. Die vertragen kein Nachlassen der Aufmerksamkeit und bringe mich wieder ins rechte Fahrwasser. Sechs Jahre lang, zwischen 1885 und 1891, verdient Marie als Hauslehrerin und Gouvernante ihr Auskommen und das ihrer studierenden Schwester. 1891 holt die Schwester sie nach Paris. Wenige Tage vor ihrem 24. Geburtstag, am 3. November 1891, betritt Marie zum ersten Mal die Sorbonne. Ihre Leidenschaft für die Wissenschaft wird sie von nun an bis an ihr Lebensende nicht mehr verlassen. Marie belegt Vorlesungen in Physik, Chemie und Mathematik. Mein ganzes Denken und Empfinden war auf mein Studium ausgerichtet. Alles, was ich an Neuem sah und lernte, entzückte mich. Es war, als habe sich mir eine neue Welt geöffnet, die Welt der Wissenschaft, die ich nun endlich in voller Freiheit kennenlernen durfte. Zwei Jahre später, 1893, besteht sie als beste von 30 Studierenden die Zwischenprüfung. An der Sabon waren zu dieser Zeit ca. 9000 Studenten. Davon waren 210 Frauen. Also das sind knapp über 2%. Und die meisten Studentinnen, die da waren, die hatten den höheren Status. Also Examen zu machen, das war sehr ungewöhnlich. Als die Marie Curie ihr erstes Examen gemacht hat, da gab es nur zwei Frauen, die Examen gemacht haben. Sie und noch eine andere. Und 1894, bei dem zweiten Examen, bei dem Mathe-Examen, da war sie eine von fünf. Und in Deutschland durfte man damals überhaupt noch nicht studieren als Frau. In der Schweiz war es möglich. In Frankreich war es auch schon länger möglich. Aber wie gesagt, den Abschluss hat kaum eine Frau gemacht. Und dann, im April 1894, Marie ist inzwischen 27, tritt ein Mann in ihr Leben. Als ich eintrat, stand Pierre Curie in der Nische der Balkontür. Er sah sehr jung aus, obwohl er damals 35 Jahre alt war. Was mir an ihm auffiel, war der Blick seiner hellen Augen und eine Spur von Lässigkeit in der Haltung seines hochgewachsenen Körpers. Die etwas langsame, bedächtige Sprechweise, seine Schlichtheit, das zu... Marie wächst keineswegs in einer heilen Welt auf. Ihre Mutter stirbt, als sie zehn Jahre alt ist. Kurz zuvor hat der Vater seine Anstellung verloren, weil er sich für die Unabhängigkeit Polens eingesetzt hat. Seit dem Wiener Kongress untersteht das Land der gemeinsamen Kontrolle von Russland, Österreich und Preußen. Polen findet man auf keiner Landkarte. Die offizielle Landessprache ist Russisch. Renate Strohmeier. Da durfte nur heimlich Polnisch gesprochen werden. Die offizielle Unterrichtssprache war Russisch. Und wenn der Schulrat kam, mussten alle Bücher versteckt werden, alle polnischen Bücher. Und die Schülerinnen wurden getestet, ob sie auch Russisch sprechen und ob sie die russische Geschichte können, ob sie alle Zaren aufzählen können und ob sie das Vaterunser auf Russisch können und so weiter. Diese frühen Erlebnisse fördern den Widerstandswillen des jungen Mädchens. Zeit ihres Lebens wird Marie Curie, wie ihr Vater, eine glühende Patriotin sein, auch dann noch, als sie längst mit einem Franzosen verheiratet ist. Als es ihr 1898 gelingt, ein neues Element aus Pechblende zu isolieren, nennt sie es Polonium nach ihrem Heimatland. 1873 verliert Maries Vater wegen seines politischen Engagements nicht nur seine Stellung, sondern auch die Dienstwohnung. Von da an führt er ein Pensionat für Jungen, die vom Land kommen und in Warschau zur Schule gehen. Im Haus der Skurdowskis leben zeitweise bis zu 20 Schüler. Bei so vielen jungen Menschen auf engstem Raum ist es oft sehr laut und unordentlich. Trotzdem verlässt Marie 1883 die Schule als Beste ihres Jahrgangs. Es ist kein Wunder, dass sie davon träumt zu studieren. Zwar fehlt der Familie Skurdowsky das Geld, doch Marie und ihre Schwester Bronja haben eine Idee. Während Bronja in Paris Medizin studiert, wird Marie als Gouvernante arbeiten und das Studium der Schwester finanzieren. Bronja wird dafür nach ihrem Abschluss Marie die Ausbildung an der Universität ermöglichen. 1885 beginnt Marie als Hauslehrerin bei einer Familie aus dem polnischen Landadel zu arbeiten. Mit eiserner Disziplin bildet sie sich autodidaktisch weiter. In einem Brief an ihre Schulfreundin Kasia beschreibt sie ihren Tagesablauf. Ich habe mich daran gewöhnt, um sechs Uhr aufzustehen, damit ich mehr arbeiten kann. Aber ich bin nicht immer fähig dazu. Jetzt ist ein sehr netter alter Herr hier, Anzias Taufpate. Auf Aufforderung von Frau Z muss ich ihn bitten, mich zu seiner Zerstreuung im Schach zu unterrichten. Auch muss ich den vierten beim Kartenspielen abgeben. Man kannatic Kasia zu erhalten sein, Vielen Dank.